Die langjährige Nummer 1 der Mafia, Toto Rina, ist in der Nacht auf Freitag gestorben. Der Mafia-Pate, der am Donnerstag 87 Jahre alt geworden ist, lag nach zwei Operationen seit fünf Tagen im künstlichen Koma. Er litt sowohl an Leberkrebs, als auch an Parkinson. Der italienische Gesundheitsminister Andrea Orlando erlaubte seiner Familie, Rina im Gefängnistrakt eines Krankenhauses in Parma zu besuchen, um Abschied zu nehmen. Sein ältester Sohn sitzt wegen Mordes ebenfalls im Gefängnis. Dem seit 1993 inhaftierten Mafioso war es normalerweise untersagt, Besuch zu empfangen. Rina trug den Spitznamen die Bestie oder die Raubkatze, und steckte in den 1980er und 1990er Jahren hinter vielen der bekanntesten Mafia-Morde des Landes, insgesamt sollen 150 Morde auf sein Konto gehen. Er wurde 1993 nach 20-jähriger Flucht gefasst, und 26-mal zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein im Sommer eingereichter Antrag auf Freilassung aus Gesundheitsgründen hatte in Italien einen Aufschrei der Empörung ausgelöst, und war abgelehnt worden. Bei der Anhörung auf Freilassung hatte Rina noch gesagt, dass er seine Taten nicht bereue, und dass ihn die Justiz nicht brechen könne. Rina wurde 1930 in Corleone bei Palermo geboren, in jener Ortschaft die der Filmreihe der Pate Pate stand. Mit 19 Jahren soll er seinen ersten Mord verübt, und somit der Mafia beigetreten sein. Zwei Jahrzehnte später hatte er die Zügel der Cosa Nostra in der Hand, seinen Lebensmittelpunkt in Sizilien hat Rina aber selten verlassen. Rina soll die in den 1990er Jahren verübten Morde an den Anti-Mafia-Richtern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino in Auftrag gegeben haben, Etwa ein Jahr später wurde er schließlich gefasst. Auf das Konto des Mafia-Paten gehen auch Morde, die er während seiner Gefangenschaft ausführen ließ. So soll er die Ermordung eines 13-jährigen Buben in Auftrag gegeben haben, um dessen Vater einzuschüchtern. Dieser wollte offenbar mit Informationen über die Mafia an die Öffentlichkeit gehen. Nur ein Jahr nach seiner Inhaftierung, im Jahr 1993, soll er dann die Bombenanschläge in Rom, Florenz und Mailand in Auftrag gegeben haben.